13 13 Monate 13 Wochen 13 Stunden 13 Sekunden Es begann eine Epoche Eine Community Ein Server Und das gigantischste Community Event ever Steige ein Es kann nur einer gewinnen So, hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung vom Arma 3 Epoch Community Event Und zwar haben wir was riesiges geplant Es wird ein hammer geiles Event werden Der Titel wird sein Es kann nur einer gewinnen Der Witz wird sein, ihr müsst als Team antreten Das heißt es wird zweier Teams geben Und ihr müsst euch durch viele Verschiedene Gefechtarten Kämpfen Und zwar am Team Ihr müsst im Team gut sein Ihr müsst alle Facetten von Arma 3 Epoch Beherrschen Und am Schluss müsst ihr gegeneinander antreten Das heißt, ihr kriegt für jedes Event Ihr kriegt erst zwei dritte und so weiter platzierte Punkte Und dann könnt ihr euch quasi für die finale Runde qualifizieren Zwei Team werden am Schluss da sein Und jeweils die zwei Teams werden untereinander gegeneinander kämpfen Das heißt es wird ein 1 gegen 1 geben Und das erste Team wird quasi den ersten und zweiten Platz belegen Und das zweite Team zum dritten und vierten Platz Der Hauptpreis wird sein Evolve Den Trailer werde ich hier gleich unten einblenden Könnt ihr mal ein bisschen reinschauen Richtig geiles Spiel Ist gerade auch denke ich mal so einer der geilsten Spiele Was man kaufen kann Und deswegen hoffen wir Ihr freut euch drauf Das wird noch andere Hammerpreise geben Also es wird niemand zu kurz kommen Und ja Wenn ihr Fragen habt schreibt in die Community Wenn ihr Bock drauf habt gebt einen Daumen hoch Hoch Das Datum wird der 28. Februar sein Uhrzeit ca. 20.20 Uhr Das wird aber alles noch in der Facebook Veranstaltung preisgegeben Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung Jo Dann will ich mal gar nicht mehr davon sagen Es wird noch ein kleiner Trailer folgen Um euch ein bisschen drauf vorzubereiten Was genau alles kommen wird Werdet ihr dann vor Ort mitbekommen Und ich hoffe ihr habt Bock drauf Gebt einen Daumen hoch Freut euch drauf Kommentiert Schaut in die Facebook Share Community vorbei Schaut auf unseren Server vorbei Und Viel Spaß beim Zocken Bis zum nächsten Mal Ciao T-Blade Viel Zeit Alles in Kürz Alles in Kürz Perfektion Geduld Der eine Schuss Hinterhalt Doch am Schluss Kann nur einer gewinnen Untertitelung des ZDF, 2020